Ach Scheiße Ach Scheiße Ich könnte ihm natürlich einen Halt dran geben, aber dann müsste ich ihm einen Halt dran geben Und da habe ich sogar keinen Bock zu So überhaupt gar keinen Also meine Heiltränke, die brauche ich vielleicht irgendwann nochmal Wahrscheinlich nicht, weil ich die Scheiße immer nie benutze, aber vielleicht Es wäre im Rahmen des Möglichen, dass ich nochmal diese Heiltränke brauche Dann werde ich sie natürlich nicht benutzen, weil Zwei Stunden zurücklaufen und Ins Bett mich legen, ist halt einfach Besser als Heiltränke benutzen Aber so möglicherweise Aus Prinzip, weißt du So, Eislanze So, der Trick ist, ich greife die Snapper zuerst an Ähm Der Trick funktioniert schon wieder nicht Habe ich gerade Kastor angegriffen, ich glaube ich habe gerade Kastor angegriffen Ach, ich bin wie zu langsam Wie mache ich denn das jetzt? Wenn ich so ein bisschen rechts gehe Rechts Äh, kann ich denn da nach links schmeißen? Vielleicht, wer weiß das schon Wieso sind denn hier so viele Snapper, sag mal Und wieso hat Kastor, Kastor Der Kasten da nicht mehr Tränke dabei Was soll denn das? Kastor, wie gehst du denn schon wieder Kämpfen? Ich meine, du musst zum Kämpfen auch Eine nennenswert korrekte Menge an Ach, da unten war glaube ich auch noch irgendwas, wo ich nicht weiter Gehen konnte, weil Ich glaube Schattenläufer war da Und jetzt gehe ich vorsichtig um ihn rum Ja Und jetzt kann ich vielleicht mit etwas Glück diesen Snapper hier anvisieren Und jetzt greifen die mich zuerst an Und jetzt schmeißen wir einfach Und hoffen, dass wir leben Und dann funktioniert das auch, seht ihr? Ganz easy Tja, ich muss ihm einen Heildrang geben Als ob ich ihm einen guten Heildrang geteilt muss Jetzt würde ich noch fünf Stunden lang Leichen ausnehmen Ach, das ist mir das Schlimmste Das ist Das Schlimmste Das Allerschlimmste Nein, einen Moment, ganz ruhig Ich sollte auch mal auf dem zweiten Spielstand speichern Das ist wirklich ganz klug Ich muss jetzt auch meinen Mahner mal aufladen lassen Sonst wird das alles nix 41 41 43 Bei der Gelegenheit Wir speichern mal wieder auf einen anderen Spielstand Nicht, dass mir Kastor doch noch weg stirbt Nicht den Feuersturm bitte So viel Zeug, dass ich mal erkunden möchte Können tun sollte Und ich brauche noch das Salz Wobei Salz hätte ich auch in der Mine kaufen können Ach, ich bin ein Vollidiot Ich hätte doch reingekunden Naja Machst du nix Da machst du nix Da machst du einfach nix So Nehmen wir mal Liegen hier noch Äpfel rum Warum Das sind so einfach komische Bäume Dass die Äpfel hier haben Ich habe noch vier Lebenspunkte Doch so viel Okay, gut Doch so viel Feuernessel Und dann hört sie auch schon wieder auf Eine Eislanze So jetzt muss das aber Funktionieren Sonst habe ich ein Problem Okay, das ist Eine einzelne Gruppe Das ist eine andere Gruppe Okay Beziehungsweise ich glaube Die fressen da irgendwas Deswegen sind die so ein bisschen abgelenkt Nein Die gute Leiche Da unten Da unten ist Sackgasse Okay Ist das Ist das Wenn ich da vorne rum Runter gehe Ich weiß es nicht Ist auch schwer zu sehen Jetzt Beiser Ach geil Wenn Snapper nicht mehr reichen Werfen wir auch noch Beiser In den Schlacht Oder was Okay Da liegt auch nichts interessantes Ich hatte gehofft Hier wäre noch was Aber ne Okay Geben wir Kastor abholen Bevor er verschwindet Nicht dass das in diesem Völlig bugfeilen Spiel Jemals passieren könnte Aber Ihr wisst schon Es ist immer noch Konik 2 Also Auch mit Mod Wird es nicht besser Wir 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 Ich spüre eine kleine magische Präsenz Wie bei den anderen Kristallen Wir können hier eine kurze Pause machen Wenn wir weiter gehen können Sagt Bescheid Ich gehe mal alleine Kurz weiter Nicht dass ich jetzt Irgendwie Angst hätte Dass der mir wegstört So ne Heilung Wäre jetzt auch ganz geil Äh Natürlich sind noch mehr Snapper Es gibt immer noch mehr Snapper Immer noch Nen Snapper mehr Ich könnte mich zu mir Teleportieren Reingehen Da drinnen gab es ein Bett Da muss ich nur den Weg Hierher wieder finden Auch so ne Sache Der Unmöglichkeit Ähm Ich nehme an Der bleibt hier stehen Ich glaube Darunter springt es nicht In dem Moment Er ist noch grün Äh Das heißt Also okay Wir speichern mal auf alle drei Und dann Gucken wir mal was wir machen Dann guck mal was wir machen Lass uns weiter gehen Es kann wunderbar Jetzt fällt er einfach runter Weil die Wegfindung nicht funktioniert Oh Gott Wo bin ich jetzt überhaupt aktuell Ich bin Ich bin Keine Ahnung Im Gebirge offensichtlich Ich brauche eine bessere Map Eine vollständigere Map Eine kartigere Map Äh Noch mehr Snapper Ja geil Äh Du darfst ihn mit einem Angriff töten Danke Das erlaube ich dir Dass du das darfst Mit meiner Großartigkeit Ähm So Jetzt müssen wir mal hier Halt machen Wir müssen Halt machen Äh Und dann besser mal die da hinten raus mähen Bevor wir weiter gehen Und dann Die fallen uns an den Rücken Und dann habe ich wieder ein Problem Und muss wieder laden Und ach Ich muss den Wege ja nachher auch wieder zurücklaufen Ich hoffe die Mana-Denganation bleibt hier noch Auch immer hier ist Ich müsste auch mal aufs Klo Oder ist es für drei Stunden oder so Seitdem habe ich auch höchstens einen Liter in mich reingeschüttet Scheiße Äh Was haben wir denn hier so Ich hoffe etwas mit einem Bett Kein Wunder Dass dieses Gebiet so unerschlossen ist Sind wir bald da? Keine Ahnung Aber ich denke wir haben noch ein Stück Weg vor uns Wie dem auch sei Das ist wohl der sicherste Rastplatz Den wir hier bekommen werden Wir können wieder aufbrechen Wenn du möchtest Okay äh Rastplatz Das ist einfach nur Verlassenes Scheiß Und wieso unerkundet Ich meine hier war mal offensichtlich War ja schon was am Start du Also ich meine Hier liegen Waffen und Pfeilköcher und so rum Das Ding hat ein Schloss Aber ich kann es jetzt einfach auch machen Auch schön Äh Bis zum Morgen Morgen war 8 Uhr Ich glaube morgen war 8 Uhr Und ich verliere tatsächlich kein Lebenshunde mehr Sehr gut Kastor ist nicht geheilt Warum sollte denn auch Kastor geheilt sein? Das ist ja Unsinn Das wäre Das wäre ja nur nützlich Wenn der auch geheilt werden würde Das wäre sogar richtig Richtig nützlich Liegt da noch ein Apfel? Ne Da liegt nur Grafikmatsch Da liegt nur Grafikmatsch So langsam ist Ich sehe da noch einen Pilz Oder so eine Feuer Oder braucht ihr eine Feuerwurzel Irgendwas? Ne Pilzbraue Auf jeden Fall Okay Speichern wir Und dann muss ich mal aufs Klo Jetzt hier Solange sie mal ein Päuschen Oder warte mal kurz Habe ich noch drei aufgenommen? Okay Machen wir die noch schnell auf Damit wir sie aufgemacht haben Die Tränke waren alle uninteressant Speichern mal Und dann muss ich das Spiel beenden Weil sonst crasht es mir eh weg Äh 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 Genau Dann machen wir kurz Spoiler Dann spielen wir noch ein Stündchen und so Und dann machen wir Schluss Würde ich sagen Äh Bis gleich Dann auch die Aufnahme wieder starten Äh Audio gucken Hat es gespeichert dieses Mal Alles klar Nein Nicht neu beginnen Wir möchten laden Laden möchten wir Bis zum Binde Okay Weiter geht's Wunderbar Dann von Warte mal Achso du bist der Irr im Mager Du redest wohl nicht viel Du Du erinnerst mich an jemanden Aber Aber ich werde ihn nicht hier weg gehen Moment Ich habe keine Ahnung wovon du sprichst Natürlich So wird es sein Deshalb sind wir auch hier Das ganze war auch völlig unbekannt für mich Es gibt in diesen Landen viele Rätsel Die es zu lösen gibt Du warst für mich immer der einzige Freund Besonders nachdem alle abgehauen sind Was soll das Ganze? Kann es sein, dass du etwas verwirrt bist? Natürlich Du hast recht es zu erfahren Das Land ist verflucht Dem Land wird die Energie entzogen Die Erde weint Deshalb wächst nichts Deshalb ist das Leben korrupt Doch das wird mich nicht von meiner Arbeit abhalten Du versuchst also herauszufinden Warum hier nichts wächst? Unzählige Tage habe ich hier verbracht Um die Rätsel zu lösen Doch die Pfade sind verworren Und die Gegner viele Inzwischen kenne ich jeden einzelnen Stein Du sagtest, du kennst dich hier gut aus Kannst du mir sagen? Hier Damit wirst du dich schneller zurechtfinden Ich bin hier anfangs auch herumgeirrt Weil die Gegend so verzwickt ist Nach einer Weile Da begann ich mir eine Karte zu zeichnen Doch das Land ist jetzt in meinen Gedanken Nichts bleibt von mir unentdeckt Das wird mir sicherlich helfen Danke Keine Ursache Todgeweiter Warte mal Warum greifen dich die ganzen Viecher nicht an? Das ist eine interessante Feststellung Lass dir sagen Dass dies ein spezieller Ort ist Ich habe keine Ahnung Warum ich die Kreaturen hier ignoriere Manchmal scheint es so Als würden sie mich gar nicht sehen Selbst wenn ich vor ihnen stehe Geht ihr Blick an mir vorbei Kannst du mir zeigen, wie du das anstellst? Zeigen? Warum sollte ich das tun? Warum? Damit ich nicht von hinten von so einem Scheißmonster getötet werde Auch wenn sie mich nicht angreifen Stören sie meine Experimente Ich habe mitbekommen, wie du dieses Problem löst Natürlich Schließlich wollen sie mich fressen, sobald ich in ihre Nähe komme Nein, nein Es ist besser so Ich muss jetzt weitermachen Halt, warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Hast du sonst noch was für mich? Hm Lass mal sehen Ja Ich denke Das Wird dir helfen Du willst mich doch verarschen Das habe ich vorhin gefunden Möge es dir ein treuer Begleiter sein Ich brauche das Ding ja nicht Ach hm Lass mal sehen Ja Ich denke Das Wird dir helfen Du willst mich doch verarschen Das habe ich vorhin gefunden Du willst mich doch verarschen, das habe ich verarschen. Okay? Was zur Hölle? Was? Okay, ja, ja. Hä? Habe ich irgendwas jetzt nützliches bekommen? Wann so vielleicht? Eine Tröte? 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 Ähm. Was? Ist das der Tröte gerade? Widerfuck. So, nichts zu plündern. Was? Okay. Was? 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 Er verpasst schon, würde ich sagen. Was? Oh, Moment, ich muss die Karte nochmal anpassen. Kaputter Kompass. Kann ich benutzen. Okay, dann nicht. Äh, Karte. Wo ist denn jetzt die neue Karte? Soll ich wieder Magie oder so? Ja. Okay. Was auch immer. So, die ich mal so. Jetzt laufen wir wieder zurück. Natürlich laufen wir jetzt wieder zurück. So ist meine Mana nicht mehr voll. Moment, warum ist meine Mana nicht voll? Ich habe doch eben erst geschlafen. Irgendwas ist ja wirklich immer, ne? Ah, ich hatte gehofft, dass du dir jetzt mal killst und so. Wieso ist denn mein Mana jetzt nicht voll gewesen? Ich habe doch gerade jetzt geschlafen. Was? Ne, ernsthaft. Warum? Was? Verstehe ich nicht mehr. Zum Teufel ist denn hier los. Mana ist voll. Die ist voll, hä? Okay. Der Vogt. Ich habe die Tröne drauf. Äh. 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 Warum ist das jetzt auf einmal leer? Es ist hier kaputt. Irgendwas stimmt hier doch schon wieder nicht. Das war alles nicht korrekt hier. Das war alles nicht korrekt hier. Na gut. Das ganze Gebiet. Würdest du das Ding mal nicht oben drüber schmeißen? Vielleicht. Wer ein Töter ist doch mal. Gut. Jetzt bin ich heute fast tot, weil mein Mana weg war. Ich hätte ja auch eine Stunde warten können, bis es wieder aufgeladen ist. Tschüss. Oh, da. Das war das. Ich habe das mit dem Kopf hinbevänt. Ich habe das mit dem Kopf hinbevänt.